Hi, ich bin Marieke Grus und ich leite bei der Harting Technologie Gruppe das Product Development Center am Standort Raden. Als international führender Anbieter industrieller Verbindungstechnik arbeiten meine Mitarbeiter und ich an Produkten und Lösungen im Bereich Device Connectivity, Installation Technology und Smart Connectivity. Bei Harting bin ich bereits seit 2015 im Produktentstehungsprozess tätig, zuerst im globalen Industrial Engineering für neue Produkte, später als Gruppenleiterin und seit Anfang des Jahres als lokale Entwicklungsleitung. Dabei habe ich von meinen Führungskräften immer die Chance bekommen, Verantwortung zu übernehmen und mich weiterzuentwickeln und das halte ich genauso bei meinen Mitarbeitenden. Floskeln wie es gibt zu wenig Frauen mit der richtigen Qualifikation kann ich weder in Bezug auf eine erfolgreiche Fach- oder eine Führungslaufbahn nachvollziehen. Bei uns geht es um Kompetenz und die muss von uns Führungskräften im ersten Schritt gesehen und dann mit den richtigen Rahmenbedingungen gefördert werden. Mein Tipp daher an alle Frauen, die darüber nachdenken, eine Führungsrolle zu übernehmen, zeigt, wie ihr im Rahmen eurer heutigen Arbeit bereits Verantwortung über eure Aufgabe hinaus übernehmt. Für euer Team, für eure Abteilung, für eure Kunden. Traut euch einen Schritt weiter zu gehen und fordert diesen bei euren Führungskräften ein.